Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Yannick Brün und das hier ist der bereits 18. Teil unseres C-Sharp-Crash-Kurses hier auf YouTube. In diesem Video geht es um ein sehr einfaches Thema und zwar um den Konstruktor. Dieser hat auch was mit den schon im vorherigen Video besprochenen Methoden zu tun und dementsprechend empfand ich das als sehr passend, dieses Thema hier gleich noch mit anzuschließen. Also fangen wir einfach mal an. Was werden wir lernen? Wir werden lernen, was ein Konstruktor überhaupt ist und wir werden lernen, wie man eigene Konstruktoren definieren kann. Fangen wir also einfach mal damit an, diese Frage aus dem Weg zu schaffen, was ein Konstruktor überhaupt ist. Der Konstruktor ist immer, und das habe ich hier extra fett und groß geschrieben, Er ist immer die erste Methode, die beim Instanzieren eines Objektes aufgerufen wird. Jedes Mal, wenn du eine Klasse schreibst und dann ein Objekt von dieser Klasse erstellst, wird der Konstruktor von dieser Klasse aufgerufen. Er wird meistens dazu verwendet, um Variablen zu initialisieren. Also der Konstruktor stellt meistens eine Methode dar, die dazu verwendet wird, um Variablen und Eigenschaftswerte zu initialisieren und da erstmal die ersten Werte einzugeben. Und ja, er ist also einfach nur eine Methode, die als allererstes beim Instanzieren ausgeführt wird. Jetzt ist es aber so, dass jede Klasse einen Konstruktor hat, denn selbst wenn man keinen eigenen definiert, wird ein Standardkonstruktor im Hintergrund angelegt. Du hast vielleicht schon gemerkt, du hast in den vorherigen Videos noch nie irgendwie eine Klasse erstellt, wo du einen Konstruktor selbst definiert hast, weil wie auch, du wusstest bis zu diesem Video hier nicht, was ein Konstruktor ist. Aber jedes Mal, wenn wir eine Klasse erstellt haben, wurde im Hintergrund schon automatisch der Standardkonstruktor erstellt. Der ist einfach nur eine leere Methode, die einfach gar nichts macht. Aber um ein Objekt zu instanziieren, braucht man einen Konstruktor. Das heißt, selbst wenn du keinen selber definierst, wird im Hintergrund ein leerer Standardkonstruktor angelegt. Dann wollen wir uns einfach mal angucken, wie das im Code eigentlich mal aussieht. So, wir haben hier eine Klasse. Das ist die Klasse Mensch. Und diese Klasse Mensch hat eine Eigenschaft namens Name. Und hier sehen wir, haben wir den Konstruktor. Der sieht hier auch schon sehr ähnlich aus wie eine normale Methode. Und im Grunde ist er auch eine ganz normale Methode. Diese Methode kann halt nichts zurückgeben. Deswegen kommt hier auch kein Void oder sonstiger Datentyp, Rückgabewert, Datentyp hin. Das bleibt einfach weg, dieses Feld. Wir haben hier nur Public. Dann steht hier Mensch, also der Klassenname muss derselbe Name sein wie der Konstruktor, beziehungsweise umgekehrt. Der Konstruktor muss denselben Namen haben wie die Klasse. Und dann können wir das Ganze einfach wie eine ganz normale Methode ausschreiben. Das heißt, wir haben hier eine Parameterliste. Und wir haben einen Methodenkörper in Form eines Codeblocks. Und wie du hier siehst, nimmt dieser Konstruktor einen String an. Und dieser Parameter heißt Name, Unterstrich Name. Und der Eigenschaft Name wird hier der Wert zugewiesen, den wir dem Konstruktor mitgeben. Aber wie wird dieser Konstruktor jetzt aufgerufen? Hier habe ich noch ein Bild von der Instanzierung eines solchen Menschenobjektes. Wir haben hier die Main-Methode. Und in der Main-Methode erstellen wir ein Objekt vom Typen Mensch. Dieses Objekt heißt hier Peter. Und hier wird der Konstruktor aufgerufen. Wir haben ja immer schon geschrieben Neo, dann den Typ und dann ein Klammerpaar. Und dieses Klammerpaar, das hat ja schon sehr an einen Methodenaufruf erinnert. Denn es war auch eigentlich nichts anderes. Es war ein Methodenaufruf und zwar der Konstruktoraufruf. Und ja, hier steht Neo Mensch, dann wird der Konstruktor von Mensch aufgerufen. Und dem können wir dann diesen String übergeben, diesen Name-String hier. Und hier schreiben wir einfach Peterchen rein. Und dieses Peterchen wird dann auch in dieser Eigenschaft Name gespeichert. Und dann können wir das Ganze auch ganz normal aufrufen lassen. Wenn wir Peter.Name dann ausgeben, dann wird dieses Peterchen hier ausgegeben. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal in der Praxis an. Das zeige ich dir jetzt nochmal kurz im IDE. Und ja, dann verstehst du das Ganze noch besser. So, wir befinden uns jetzt also wieder in der Entwicklungsumgebung. Und jetzt gucken wir uns die Konstruktoren mal in der Praxis an. Ich habe hier eine Klasse erstellt, die ich für dieses Beispiel verwenden möchte. Und zwar eine Klasse namens Buch. Diese Buchklasse hat zwei Eigenschaften. Und zwar PublicStringTitel, also der Name von dem Buch. Und PublicIntAnzahlSeiten. Ist selbsterklärend einfach die Anzahl der Seiten, die dieses Buch hat. Und jetzt wollen wir einen Konstruktor definieren, mit dem wir diese zwei Werte hier schon beim Erstellen von Objekten, dieses Typen initialisieren können. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Zuerst einmal schreiben wir Public, denn der Konstruktor muss öffentlich sein, damit man ihn auch aufrufen kann. Das heißt, der Konstruktor muss schon mal Public sein. Und dann schreiben wir den Name von dieser Klasse, also Buch, gefolgt von einem Klammerpaar. In diesem Klammerpaar befindet sich die Parameterliste. Und hier können wir jetzt ganz einfach sagen, was für Parameter man beim Aufruf dieses Konstruktors mitgeben soll. Wir sollen einen Titel mitgeben, also Titel. Ich schreibe immer die Parameter hier mit einem Unterstrich und dann einfach den Name, also Unterstrich Titel, und einen Integer namens Anzahl Seiten. So, und dann kommt der Codeblock, in dem dieser Konstruktorkörper definiert wird. Und hier drin weisen wir der Eigenschaft Titel, jetzt einfach den Wert von diesem Parameter Titel zu, und Anzahl Seiten weisen wir Unterstrich Anzahl Seiten zu. So, und damit ist dieser Konstruktor eigentlich auch schon fertig. Das Ganze können wir jetzt ganz normal aufrufen. Gehen wir also hoch in unsere Main-Methode. Hier können wir jetzt ein neues Objekt vom Typ Buch schreiben, zum Beispiel Buch, Lehrbuch. So, Lehrbuch ist gleich New Buch. So, und hier wird jetzt der Konstruktor aufgerufen. Wir machen also hier das Klammerpaar, wie gewohnt. Und du siehst hier schon, im IntelliSense steht auch schon, was wir hier als Parameter mitgeben müssen. Und zwar müssen wir einen Titel mitgeben. Das heißt, dieses Buch heißt einfach nur Mathematik für Dummies. Einfach mal als Beispiel. Und die Anzahl von Seiten 250. So, dieses Buch heißt Mathematik für Dummies und hat eine Seitenanzahl von 250. Und wenn wir jetzt schreiben, Lehrbuch, also das ist ja unser Objekt, Punkt Anzahl Seiten, beziehungsweise wenn wir das in der Konsole ausgeben, Entschuldigung, wenn wir schreiben, ConsoleWriteLine, Lehrbuch, Punkt Anzahl Seiten, dann wird die Anzahl von Seiten ausgegeben. Also müsste hier 250 ausgegeben werden. Und wenn wir hier noch was machen, zum Beispiel Lehrbuch, Punkt Titel, dann wird auch der Titel ausgegeben. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an, ob das so funktioniert hat. Und wenn ja, dann passt das ja. Und wir sehen, das funktioniert einwandfrei. Die Anzahl von Seiten ist hier 250. Und der Titel ist Mathematik für Dummies. Das heißt, wir haben diese zwei Eigenschaften schon über den Konstruktor initialisiert, ohne dass wir jetzt selber schreiben mussten, hier noch in Extrazeilen, Lehrbuch, Punkt Anzahl Seiten ist gleich, was weiß ich, 400. Und Lehrbuch, Punkt Titel ist gleich Mathe für Einsteiger. So, ohne dass wir sowas jetzt machen mussten, konnten wir das Ganze einfach hier schreiben. Und das hat uns auf jeden Fall ein paar Zeilen gespart und es war weitaus übersichtlicher. Und ja, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, du hast verstanden, wofür die Konstruktoren da sind. Experimentiere damit einfach noch selber ein bisschen herum. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch am besten einen Daumen nach oben da, denn das würde uns sehr unterstützen. Und falls du regelmäßig solche Programmiervideos wie dieses hier sehen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal, damit du nichts mehr verpasst. In diesem Sinne war es das von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.